Makita DLM431PT 2 Akku Rasenmäher 2x18V 5,0 Aperstunden R- und kostensparender 2x18V Antrieb Kompaktes Staumers durchfaltbaren Holm Mit Füllstandsanzeige am 50 L Grasfangsack nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen Geräuscharm Und kein Ausstoß von gesundheitsgefährdenden Abgasen im Betrieb Akku Rasenmäher 2x18V 5,0 Aperstunden 43 cm R- und kostensparender 2x18V Antrieb Kompaktes Staumers durchfaltbaren Holm Mit Füllstandsanzeige am 50 L Grasfangsack nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen Geräuscharm und kein Ausstoß von gesundheitsgefährdenden Abgasen im Betrieb Durch speziell geformte Front Merklich weniger Kraftaufwand Beim Schieben notwendig Doppelte Batterieladestandanzeige in Direktem Sichtfeld des Anwenders Höhenverstellbarer Holm Für unterschiedliche Körpergrößen Für kleine bis mittlere Rasenflächen Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz XPT Extreme Protect Technology Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser Auch unter harten Bedingungen Technische Daten Leerlaufdrehzahl 3600 Minuten minus 1 Schnittbreite 43 cm Schnitthöhe 13 stufig zentral 20 bis 75 mm Schneidwerkzeug Sichel Grasfangkorb 50 L Maße LXBXH Millimeter 1490 x 460 x 1020 Akkukapazität im Lieferumfang 5,0 Apare Stunden Akkuspannung 2 x 18 V Gewicht mit 2 x BL 1850 B 18,4 kg Lieferumfang 1 x Doppelschnellladegerät DC 18 RD 2 x Akku BL 1850 B 18 V 5 0 Apare Stunden 1 x Sichelmesser 43 cm 1 x Sechskantschlüssel Danke fürs Zuschauen Kom smarter 4 x Sipir XD Gro provisions 4 x O 2 x Y Y L 4 x T қ